Wenn man sich vorstellt, dass der Mensch sowieso bloß mit 20% von seinem Hirn arbeitet und die meisten wahrscheinlich noch mit viel weniger auskommen müssen, dann sag ich aller wei, das darf man alles nicht so eng sehen. Normalerweise ist es ja so, dass meine Nummern einfach in Heinling in meinem Studio alleine, wo ich so hintifteln kann, wie ich will, mach und das macht mir auch Spaß, weil ich in der Großstadt zu sehr abgelenkt war, weil ich glaube, ich würde jeden Tag bis um 15 Uhr umeinander gehen und das ist auf dem Lande nicht, weil da gibt's das nicht. Das ist ein sehr beliebtes Motiv, wenn Reporter nach Heinling kommen und sagen, sie wollen von mir ein idyllisches Foto machen. Wenn wir gefilmt werden, nehmen wir uns immer recht gerne raus. Wir haben dreimal in China gespielt und das war so was Besonderes, weil man sich natürlich eine Gaudi macht. Mal kurz anschauen. Achtung, Achtung, geht's auf Zeiten, jetzt komm ich. Nochmal, seid ihr dazu bereit? Ja! Bayern, das sind wir mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, das sind wir mir. Wir sind wir mir, das sind wir mir. Bayern und das Reinheitsgebot, das ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, das sind wir mir. Na, wo ist jetzt das, was ich gerade gehabt hab? Warte mal. Ah ja. Wenn ich anstatt Musiker ein Revolverheld geworden wär, dann würd's einen Haufen dote Deppen geben. Mann, wenn ich einen Haufen dote Deppel habe. Das beginnt schreiten. Ich kann nur den ersten Haufen dote Deppel sagen. Ich kann nur den ersten Haufen dote Deppen geben und die Haufen serait im Moment hin. Warum das denn da sagt, dass wir uns schon mal ein Haufen anspann? weil er es einfach nicht freiwillig, mein Leben, natürlich armieren. Sorrow, wenn wir die Haufen dote Deppel sagen. Ich kann nur den Haufen dote Deppel sagen. Aber wegen der Haufen dote Deppel sagen.